Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala, wa man tabi'ah hudah, alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf unseren Propheten Muhammad. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute 18. Sitzung der Lesung und Kurzerläuterung des Werkes Al-Jamia li Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Samia von Al-Hafidh Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi. Und wir machen weiter beim 9. Kapitel. Bei mir ist das das Kapitel Nummer 9. Und in diesem Buch geht es im Allgemeinen um mehrere Wissenschaften. Zum einen geht es um die Hadith-Wissenschaften oder Themen, die mit der Hadith-Wissenschaft zusammenhängen. Und ebenfalls, wie man das auch an dem Namen des Buches entnehmen kann, um Al-Adab. Adab ist die Mehrzahl von Adab, also die Verhaltensregeln des Rawi, die Verhaltensregeln des Überlieferers. Das im Allgemeinen und auch um die Verhaltensregeln für den Schüler des Wissens. Und jeder von uns versucht nach islamischem Wissen zu streben. Und der Schüler des Wissens braucht auch eine gewisse Teskir, also eine gewisse Reinigung für sein Herz, indem er sich bestimmte Verhaltensregeln und bestimmte Benimmregeln aneignet, dass er weiß, wie er sich verhalten soll und wie er in bestimmten Bereichen vorgehen soll. Und dieses Buch ist sehr besonders, vor allem deswegen, weil er von einem früheren Gelehrten verfasst wurde. Al-Khatib al-Baghdadi hat im 4. und 5. Jahrhundert nach der Hijra gelebt. Und er erwähnt immer hier kurze Kapitel. Und unter jedem Kapitel bringt er dann immer einige Überlieferungen, 5, 6 oder 10 Überlieferungen. Und meistens natürlich von den Tabirin und Atwa'at-Tabirin. Und hier haben wir heute ein neues Kapitel. Er sagte, Adabu al-Talab, die Verhaltensregeln beim Streben. Und mit Streben ist gemeint Streben nach Wissen. Wie soll der Schüler des Wissens vorgehen? Worauf soll der Schüler des Wissens achten? Er sagte, Es gehört sich für den Schüler des Hadith, es gehört sich für den Schüler des Wissens, dass er sich bei seinen meisten Angelegenheiten von der Vorgehensweise der Allgemeinheit unterscheidet. Es gibt den Schüler des Wissens und dann gibt es die Allgemeinheit unter den Muslimen. Es gibt den Brotverkäufer, es gibt den Schuhmeister, es gibt den Arzt und es gibt den Ingenieur und es gibt verschiedene andere Leute. Der Schüler des Wissens, er hat sich darauf spezialisiert, dass er nach dem islamischen Wissen strebt. Deswegen muss er sich vom Äußeren her, und mit Äußeren meine ich jetzt nicht unbedingt das Aussehen, sondern von seinen Benimmregeln, von seinen Verhaltensregeln, er soll sich oder muss sich von der Allgemeinheit unterscheiden. Jetzt sagt er, weswegen? Er sagte, Er soll, der Schüler des Wissens, so gut es geht, die Überlieferungen des Propheten, des Gesandten Allahs, sallallahu alayhi wa sallam, anwenden. Er sagte, und diese soll er bei sich selber umsetzen. Er kommt, der Schüler des Wissens, und er lernt zum Beispiel eine Sunnah des Propheten alayhi wa sallam, wie er gegessen hat, wie er getrunken hat, wie er sich gekleidet hat, wie er das Haus verlassen hat, wie er die Moschee betreten hat, wie er auf der Straße gelaufen ist, wie er mit den Menschen gesprochen hat. Er hat das gelernt, das soll er dann an erster Stelle bei sich selbst anwenden, damit er das umsetzt. Dann sagte er, der Autor, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Wahrlich, ihr hattet im Gesandten Allahs oder beim Gesandten Allahs ein schönes Beispiel oder ein schönes Vorbild. Der Prophet alayhi wa sallam, er ist unser erstes Vorbild. Wir reden, oder wir versuchen so zu reden, wie er geredet hat. Wir versuchen so zu essen, wie er gegessen hat. Wir versuchen uns so zu benehmen, wie er sich benommen hat. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte hier in diesem Vers, im Gesandten Allahs oder beim Gesandten Allahs habt ihr ein schönes Vorbild. Er ist unser Vorbild, sonst kein anderer Mensch. Alayhi wa sallam. Dann sagte er, al-Khatib al-Baghdadi mit seiner Überlieferungskette, قال al-Muallif bi-isnadihi an Ibrahim al-Harbi an Ibrahim al-Harbi gehörte zu den Schülern von Imam Ahmad. Das ist bei euch die Überlieferung Nummer 176. Bei mir ist das die Überlieferung 171. Und es gibt hier keinen Unterschied. Einfach nur die Nummerierungen unterscheiden sich. Dieser Ibrahim al-Harbi sagte, es gehört sich für den Mann oder im Allgemeinen, es gehört sich für den Muslim und vor allem für den Schüler des Wissens, wenn er über bestimmte Verhaltensregeln des Propheten alayhi salatu salam hört, dass er daran festhält, dass er sich daran klammert. Ich hatte am Anfang dieser Unterrichtsreihe Folgendes gesagt. Wir werden sehr viele Athar hören. Wir werden viele Überlieferungen hören und lesen. Und alle sind besonders, aber manchmal gibt es gewisse Athar, diese sind noch besonders oder noch wichtiger für uns. Und diese macht man Intiqa. Was bedeutet Intiqa? Diese tut man nochmal extra heraussuchen und diese tut man sich extra nebenbei notieren. Dazu zählt diese Athar, die ich gerade gelesen habe. Und zwar Al-Khatib al-Baghdadi überlieferte mit seiner Überlieferungskette das Athuri, Sufjan Athuri, der große Imam, dass dieser sagte, wenn du kannst, wenn es für dich möglich ist, dass du selbst beim Kratzen deines Kopfes, wenn du deinen Kopf kratzt, selbst dies mit einer Überlieferung tust, dann mach das. Was meint er? Er sagt, sollte es als Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, sollte es eine Überlieferung geben über den Propheten alaihi salatu salam oder über die Sahaba, wie sie ihren Kopf gekratzt haben, dann mach das genauso. Und wir reden hier über eine Sache, die ganz normal ist, dass man seinen Kopf kratzt. Als Beispiel, es wurde überliefert, das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn es überliefert wurde, dass sie auf die Art und Weise so und so ihren Kopf gekratzt haben, zum Beispiel mit der linken Hand oder mit der rechten Hand oder mit der Innenhand oder mit den Fingern, wenn dies überliefert wurde, dann mach selbst beim Kratzen des Kopfes genau so, dies genau so, wie in dem Äther überliefert wurde. Und darin ist ein Hinweis auf die Wichtigkeit, dass man bei jeder Kleinigkeit, selbst wenn es nicht mit den Ibadat, mit den Gottesdiensten zu tun hat, dass man selbst in diesem Fall genauso vorgehen soll, bei den Atat. Und dieser Äther ist sehr besonders und den sollten sich die Schüler des Wissens merken, Lukas sollte sich diesen Äther merken, ebenfalls Yasin Ibn Ahmad und auch die anderen Brüder. Kommen wir zum nächsten Äther, bei mir ist das die Nummer 173, bei euch ist das die Nummer 178. Al-Hassan, wer ist Al-Hassan? Wenn dieser erwähnt wird, Al-Hassan sagte, damit ist gemeint, der bekannte Tawiri, gestorben im Jahr 110 nach der Hijra, Imam Al-Hassan Al-Basri, dieser sagte, das ist auch ein besonderer Äther. Der Mann pflegte nach Wissen zu streben. Es gibt einen Jugendlichen oder einen Mann, er hat jetzt angefangen nach Wissen zu streben. Er sagte, und dann verging nur wenig, nur kurze Zeit und man hat dies bei seinem Tachashur, bei seiner Furcht, bei seiner Hedi, bei seinem Folgen, Befolgung der Sunde des Propheten, bei seiner Zunge, wie er spricht, bei seinem Blick, wie er schaut und bei seiner Hand, wie er zeigt oder wie er damit umgeht, man hat das darin erkennen können. Was ist damit gemeint? Jemand kommt und er strebt nach Wissen. Nach kurzer Zeit merkt man bereits positive Unterschiede, wie er redet, wie er sich benehmt, wie er läuft, wie er schaut, wie er spricht und heutzutage bei manchen Schülern des Wissens ist es so, er strebt nach Wissen und dann vergehen viele Jahre und du siehst, er ist immer noch, was das Reden angeht, so wie früher. Früher, bevor er ein Schüler des Wissens war, hat er schlechte Worte verwendet, jetzt macht er das immer noch. Früher hat er Sachen getan, die sich für einen Schüler des Wissens nicht gehören. Jetzt siehst du, jahrelang strebt er nach Wissen, er geht immer noch falsch vor, Nein, das Wissen, wonach man strebt, ist dafür da, an erster Stelle, dass dies auch eine positive Wirkung bei dir erfüllt, dass du dich positiv veränderst, dass du nicht mehr schlechte Worte benutzt, dass du nicht mehr schlechte Worte sagst, dass du nicht mehr Sachen tust, die sich nicht gehören für einen Muslim und erst recht nicht für einen Schüler des Wissens. Kommen wir zum nächsten Erfurt, bei mir ist das die Nummer 174, Das ist schön. Sufjan ibn Uyayna gestorben 198 nach der Hijra und er gehört zu den Atba'at-Tabirin, einer der großen A-M-er seiner Zeit. Er war ungefähr auf der Stufe wie Malik und As-Shafiri. Er sagte, wenn der Jugendliche anfing, nach Wissen zu streben, dann hat seine Familie dies Ihtisab gemacht. Also sie haben gesagt, okay, unser Sohn hat jetzt angefangen, nach Wissen und nach Hadithen zu streben, wir akzeptieren das, wir unterstützen ihn hierbei, wir stehen ihm hierbei bei. Und das ist vergleichbar, jemand hat zum Beispiel mehrere Kinder und er erhofft sich, dass alle einem Beruf und einer Arbeit nachgehen, direkt wenn sie 16, 17, 18 sind, sie gehen arbeiten. Einer der Söhne fängt an, nach Wissen zu streben und er geht keiner Arbeit nach. Die Familie sagt, okay, kein Problem, Alhamdulillah, unser Sohn macht etwas Gutes, wir unterstützen das, wir stehen ihm bei, wenn er irgendetwas braucht, dann helfen wir ihm. So sind früher die Leute vorgegangen, heutzutage, subhanallah, bei manchen Leuten, manchen Eltern und manchen Familien, die sich vielleicht dem Islam zuschreiben und vor allem die Leute, sie denken auch nicht, sie denken nicht so nach, wie es sich gehört, sowohl aus islamischer Sicht, als auch aus anderer Sicht. Und ich werde vielleicht zwei Beispiele nennen. Ihr Sohn ist 17, 18, dann hat er Interesse in die Moschee zu gehen, er hat Interesse, den Koran auswendig zu lernen, er hat Interesse, den Islam zu studieren an einer Universität, vielleicht wollte der Vater etwas anderes, er wollte, dass der Sohn etwas anderes macht, aber wenn er sieht, er hat diesen Weg eingeschlagen, jeder Vater, selbst wenn er nicht praktizierend ist, selbst wenn er nicht viel mit dem Islam zu tun hat, dann fragt man ihn, das was jetzt dein Sohn tut, er geht in die Moschee, er betet in der Moschee seine Gebete, er liest den Koran, er strebt nach Wissen, ist das etwas Schlechtes, ist das etwas, was ein Schaden für dich und für deine Familie und für eurem Umfeld ist, er wird sagen, nein, macht er gute Sachen, er macht gute Sachen, okay, du wolltest, dass er etwas anderes macht, du wolltest, dass er wie du in deinem Laden arbeitet, stell dir jetzt vor, dein Sohn hätte nicht diesen Weg eingeschlagen, stattdessen ist er zum Beispiel ein Räuber geworden, er schließt sich irgendeine Bande an und sie machen Raubüberfälle, er kommt manchmal tagelang nicht nach Hause, du weißt nicht, wo er ist, er begeht irgendetwas, kommt dann eine Woche ins Gefängnis, er verletzt Leute, du hast nur Probleme mit ihm, was würdest du machen, du würdest sagen, das ist eine große Katastrophe, ein großes Problem, dass mein Sohn so etwas macht, jetzt hat er diesen guten Weg eingeschlagen, er macht nur gute Sachen, dann unterstütze ihn hierbei, ein zweites Beispiel, jemand hat eine Tochter, die Tochter, Allah hat sie rechtgeleitet, die Familie, sagen wir mal, sie ist keine praktizierende Familie, jetzt haben sie diese Tochter, der Vater hat sich gewünscht, dass die Tochter zum Beispiel dann auch früh anfängt zu arbeiten und mit der Mutter im Laden tätig ist oder irgendetwas macht, was er sich erhofft hat. Die Tochter hat angefangen zu praktizieren, sie trägt den islamischen Hijab, sie achtet darauf, dass sie nicht Sachen macht, die verboten sind, wie zum Beispiel Geschlechtermischung und sie sagt, ich bleibe zu Hause oder wenn ich einer Arbeit nachgehe, dann nur etwas, was auch erlaubt ist und was aus islamischer Sicht nicht verboten ist. Jetzt hat dieser Vater oder die Familie diesen Fall. Diese Tochter, die ihr habt, sie ist eine Muslima, sie praktiziert ihre Religion, sie hat viel Schamhaftigkeit, sie ist eher zurückgezogen, sie macht nichts, was ein Problem für euch darstellt, auch wenn ihr es vielleicht anders gewünscht habt, dann unterstütze sie bei dieser Sache, weil stell dir vor, die Tochter, wie viele Frauen gibt es, der Vater hat sich gewünscht, dass die Tochter zum Beispiel dies und das macht, dann auf einmal mit 18 verlässt sie das Haus und sie lebt irgendwo mit anderen fremden Männern zusammen, begeht irgendwelche Schandtaten, selbst wenn die Familie nicht praktizierend ist, welche Familie freut sich darüber, wenn jeden Tag die Tochter mit irgendeiner Die Leute sagen, die Tochter ist jeden Tag selbst, bei den Murtadun und Kuffar, bei vielen von ihnen ist es so, dass sie diese Sache eigentlich nicht ertragen, die Tochter ist jeden Tag mit irgendjemand anderem zusammen, die Tochter arbeitet an diesem schlechten Ort, die Tochter macht dies und das ist eine Schande für die Familie, jetzt du hast eine Tochter, sie hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen, einen viel besseren Weg, dann mach Ehtisa vor allem du als Vater, der sich dem Islam zuschreibt, was gibt es Schöneres, was gibt es Besseres, dass du eine Tochter hast, die eine gläubige Frau ist, die nicht darauf aus ist, rauszugehen, die nicht darauf aus ist, Vater, ich möchte dies und so, sondern Alhamdulillah, sie ist eher zurückgezogen, sie geht ihren Pflichten nach, dann unterstütze das, das ist damit gemeint, dass die Leute früher, diese Wenn der Jugendliche, wenn der Junge angefangen hat, sich mit dem Streben nach Wissen zu beschäftigen, dann hat die Familie dies unterstützt. Und auch diese gehört zu den Ätharen, die wir machen sollten, die man heraussucht und hervorhebt. Al-Khatib erklärte dann die Worte von Sofjan Ibn Uyena, er sagte damit ist gemeint, er hat angefangen nach Wissen zu streben, war dann nicht mehr viel mit der Familie, was die Unterstützung angeht. Er hat angefangen oft in die Moschee zu gehen, er hat angefangen zum Beispiel nachts aufzustellen, Alhamdulillah, vor allem wenn du mehrere Kinder hast, wenn du mehrere Kinder hast, was spricht dagegen, dass zumindest einer deiner Söhne ausgebildet wird, dass er zu einem Schüler des Wissens wird. Kommen wir zum nächsten Asr. Kala Al-Musannif bi Isnadihi Wa qala Ibrahim ibn Ismail kan ashabuna yesta'inuna ala talabi al-hadifi bis Saum Hier heißt es, Ibrahim ibn Ismail sagte, unsere Gefährten pflegten beim Streben nach Wissen viel zu fasten und damit ist gemeint Wallahu A'lam dass sie vielleicht Wallahu A'lam dass der Schüler des Wissens nicht viel Geld hatte dann hat er viel gefastet damit er sich nicht zu sehr mit dem Essen und mit dem Erwerb von Essen und Trinken beschäftigen muss Wallahu A'lam das kann damit gemeint sein und damit kann auch gemeint sein dass man zusätzlich viel fastet weil dies einen unterstützt beim Streben nach Wissen er möchte den Koran auswendig lernen und wenn er fastet dann ist er hier noch noch mehr gestärkt kommen wir zum nächsten Äther Das ist auch wieder ein Äther der Intika gemacht wird der ganz groß von jedem Schüler des Wissens niedergeschrieben niedergeschrieben werden sollte und zwar Asim Al-Bayhaqi sagte er war der Schüler von Imam Ahmed er sagt ich habe eines Tages bei Imam Ahmed übernachtet er kommt zu seinem Lehrer und übernachtet bei ihm und dann als ich mich schlafen legen wollte in der Nacht um 8.30 um 9.00 um 10.00 Uhr die Leute haben früh geschlafen er sagte dann hat Imam Ahmed mir Wasser gebracht und einen Eimer Wasser gebracht und diesen hingestellt für die Gebetswaschung er sagte als dann der Morgen einbrach schaute Ahmed zu dem Wasser und er fand vor dass das Wasser genauso ist wie er gebracht wurde er wurde also nicht verwendet er hat keine Gebetswaschung durchgeführt und dann sagte Ahmed Subhanallah ein Mann der ein Mann der nach Wissen strebt er jedoch keinen Wirt in der Nacht hat er jedoch nicht einen Teil der Nacht mit den freiwilligen Gebeten verbringt er hat sich gewundert Imam Ahmed und hat das missbilligt und wollte sagen der Schüler des Wissens muss sich unterscheiden er muss zumindest in der Nacht zwei Raka'ah vier Raka'ah sechs Raka'ah Gebete freiwillige Gebete verrichten er muss in der Nacht aufstehen fünf Hadithe lesen er muss in der Nacht aufstehen zwei Seiten vom Koran lesen und deswegen Imam Ahmed hat sich gewundert und hat dies missbilligt und wie gesagt diesen Äther sollte man sich auch groß vor Augen halten kommen wir zu der nächsten Überlieferung قال مصنف وقال أبو عمر ابن حمدان سمعت أبي يقول كنت في مجلس أبي عبد الله المروز فحضرت صلاة الظهر فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال يا أبا جعفر إلى أين قلت أتطهر للصلاة قال كان ظني بك غير هذا كان ظني بك غير هذا يدخل عليك سبحان الله هنا heißt es dass أبو عمر ابن حمدان قال ich hörte meinen Vater sagen ich war in der Sitzung von أبو عبد الله المروزي wer weiß das das ist auch einer der bekannten früheren gelehrten das ist محمد ibn Nasser صاحب تعظيم قدر الصلاة gestorben 294 nach der Hijrah einer der großen AIM seiner Zeiten er sagte ich war bei المروزي und dann trat die Zeit für das mittags gebet ein und Abu عبد الله also er selber المروزي er hat dann den Adhan gerufen er sagte und dann ging ich aus der moschee raus dann sagte er المروزي wohin gehst du er sagte ich gehe und führe die gebets waschung durch ich mache Wudu und dann sagte ich hätte nicht gedacht Gebetszeit tritt ein und du befindest dich nicht im reinen Zustand damit wollte er sagen für den Schüler des Wissens gehört es sich dass er bevor die Gebetszeit eintrifft dass er die Gebets waschung durchführt subhanallah heutzutage wer von uns macht das die meisten von uns warten bis der Adhan gerufen wird er sagt okay das Gebet ist um 12 uhr und dann wenn der Adhan gerufen wird dann steht er auf und er geht zum waschbecken und führt die Gebetswaschung durch so eine sache wurde schon von den früheren großen gelehrten als seltsam dargestellt und teilweise sogar missbilligt die sagten der Schüler des Wissens soll sich immer im reinen Zustand befinden und erst recht wenn die Gebetszeit nah ist und das ist auch ein besonderer wir haben noch einige wenn ihr das kapitel beenden sie kommen hier zu Bishr ibn al-Hadif, zu seiner Tür. Wir sagen, wir waren bei seiner Tür, bei seiner Haustür und dann kam er raus. Und dann sagten wir zu ihm, berichte uns etwas. Dann sagte er, tut ihr die Zakah für den Hadith entrichten? Du hast einen Hadith oder fünf Hadithe gelernt. Hast du für diese fünf Hadithe die Zakah entrichtet? Die Leute haben sich gewundert und sagten, ja, aber Nasser, gibt es etwa für den Hadith auch eine Zakah? Dann sagte er, ja, wenn ihr einen Hadith hört, dann handelt danach und dann wendet ihn an. Das ist die Zakah vom Hadith. Der nächste Äther. Subhanallah. Er sagte, wie der Bishr ibn al-Hadif, O Anhänger des Hadithes, O Leute des Hadithes, habt ihr die Zakah für den Hadith entrichtet? Dann sagten sie, wie sollen wir ihn entrichten? Er sagte, immer wenn ihr 200 Hadithe gelernt habt, dann handelt nach fünf Hadithen. Weil die Zakah ist 2,5%. Du hast jetzt 200 Hadithe gelernt, 2,5% davon sind fünf Hadithe. Dann handelt zumindest nach fünf Hadithen. Damit ist aber natürlich nicht gemeint, dass man nicht nach den restlichen Hadithen handeln soll, sondern das war nur ein Beispiel von ihm. Er sagte, Al-Mula'i, wenn dich etwas Gutes erreicht, damit meint er eine Überlieferung, ein Hadith, dann handelt danach, selbst wenn es nur einmal ist, denn dann gehörst du zu seinen Anhängern. Ich nenne vielleicht zwei oder drei Beispiele. Du hast davon gehört, dass man nach der Umrah oder nach der Hadith den Kopf rasieren soll, die Haare, also für den Mann, dass man die Haare komplett rasieren soll. Jetzt machst du die Umrah. Du hast öfters die Umrah gemacht. Jedes Mal tust du nur deine Haare kürzen. Versuch zumindest einmal, deine Haare komplett zu rasieren, damit du zumindest einmal danach gehandelt hast. Das ist ein Beispiel. Du hast gehört, dass der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, im Maghrib-Gebet mit Surat al-A'raf gebetet hat. Surat al-A'raf komplett. Dass er diese Sura im Maghrib-Gebet rezitiert hat. Wenn du kannst, dann versuch zumindest einmal das zu machen. Und Surat al-A'raf, einer unserer Schuyuch hat das gemacht. Er hat mit Surat al-A'raf im Maghrib-Gebet vorgebetet. Das waren ungefähr, ich kann mich grob erinnern, entweder 52 Minuten oder 53 Minuten. So lange hat er dafür gebraucht. Dass man zumindest einmal das gemacht hat, weil der Prophet, alayhi wa sallam, das einmal getan hat. Ein anderes Beispiel, wobei das nicht passend ist, weil ich die Ansicht vertrete, dass dies wajib ist. Aber selbst diese Leute, die die Ansicht vertreten, dass der Niqab, also die Gesichtsbedeckung für die Frau nur eine angeblich, nur eine Sunna sei, so versuch doch zumindest, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Das ist kein sehr passendes Beispiel, aber nur, ich erwähne das, weil ich werde gleich dazu kommen, dann versuch doch, zumindest in bestimmten Situationen, wenn es für dich möglich ist, den Niqab zu tragen. Weil ich wundere mich immer, wenn die Frauen zur Umrah gehen oder zur Hajj gehen, wenn sie in ihrem Land ist, sie trägt keinen Niqab. Jetzt geht sie nach Makkah und in Makkah die meisten Frauen tragen Niqab. Warum trägst du nicht dort auch wie die anderen Frauen den Niqab? Zumindest diese Zeit, wo du dich dort befindest. Und auch die Männer, du trägst nie ein langes Gewand. Jetzt gehst du nach Makkah, Alhamdulillah, alle tragen ein langes Gewand, dann trag doch zumindest dort ein langes Gewand und eine Mütze oder einen Turban. Dass du zumindest diese Sache, abgesehen davon, ob das jetzt eine Sunna oder eine Pflicht ist, diese Sache dort durch verrichtet hast. Und dieser Sache zumindest dort nachgekommen bist. Wie gesagt, das mit dem Niqab. Ich vertrete nicht die Ansicht, dass es nur Sunna ist. Kommen wir zum nächsten Äther. Und sagte Abul Qasim ibn Manya, Abul Qasim ibn Manya, er kam zu seinem Lehrer Ahmed ibn Hanbal und er sagte, ja, Ahmed, ich möchte zu Sued ibn Saeed gehen, zu einem anderen Gelehrten. Schreib mir einen Brief, weil er kennt mich nicht und schreibt mir, sag dies und jenes. Dann schrieb Ahmed ibn Hanbal, das ist ein Mann, also er redet, Imam Ahmed redet über seinen Schüler. Er sagt, das ist ein Mann, der die Hadithe niederschreibt. Der Schüler sagte, ja, Abul Qasim oh, Ahmed, schreib doch, ich bin doch immer mit dir und ich befinde mich in deinen Sitzungen, schreib doch, wenn möglich, das ist ein Mann von den Leuten des Hadith. Er wollte also anders bezeichnet werden. Dann sagte Ahmed, die Leute des Hadith sind bei uns diejenigen, die auch nach dem Hadith handeln. So nach dem Motto, so weit bist du noch nicht. Du bist jemand, der Hadithen niederschreibt. Und das ist auch ein schöner Äther. Wir haben noch drei Äther, dann sind wir fertig. Drei Äther. Und ich habe einen Hadith gelesen, dass der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam die Hijame durchführte und er gab dem Hadjam namens Abu Tayyba einen Dinar. Und das ist viel Geld gewesen damals. Er sagte, dann habe ich auch eines Tages die Hijame durchgeführt und habe dem Hadjam auch einen Dinar gegeben. Er hat also selbst beim Geben des Geldes genau das gemacht, was der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Möge Allah Ta'ala uns die Möglichkeit geben, dass wir auch die Hijame durchführen und dass wir dem Hadjam auch genau umgerechnet einen Dinar geben, sodass wir nach diesem Hadith handeln. Der nächste Äther. قال, mcinnifu عن محمد بن أبي جعفر بن حمدان قال, كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ وقام في بعض الليالي حتى نصلي معه صلاة العشاء الآخرة فإذا أبطى علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان فخرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء فصلى بنا ثم دخل داره ورجعت مع أبي إلى البيت فقلت لأبي يا أبه أبو عثمان قد أحرم فقال لا ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يوميه وليلته وإنه سمع من جملة ما قرأ عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح Allahu Akbar Allahu Akbar Es gab hier in dieser Geschichte einen Mann namens Abu Uthman und dieser Abu Uthman die Geschichte ist lang Sie haben immer Hadith gelesen und es wird hier überliefert von Abu Ja'far Abu Ja'far sagt Ich habe immer mit diesem Abu Uthman zusammen Hadith gelesen und wir haben zusammen das Magrib Gebet verrichtet und wir haben zusammen das Nacht Gebet verrichtet und er sagt eines Tages kam er raus zum Nacht Gebet und er hatte einen Isar und einen Ridah an Isar ist ein Ländenschutz und Ridah ist das was man darüber anzieht das ist ähnlich was die Leute anziehen bei der Umrah ihr seht das die Leute bei der Umrah wenn sie zu Umrah gehen oder zu Haj gehen sie haben diese zwei Kleidungsstücke einmal der Isar womit man den unteren Teil seines Körpers bedeckt und der Ridah womit man seinen oberen Teil bedeckt und zu Lebzeiten von diesen beiden was wir gerade lesen in ihrem Land hat man so etwas nicht getragen wie heutzutage wo trägt man so etwas in den Ländern trägt man so etwas nicht er sagt eines Tages auf einmal er kam raus und er trug beim Nachtgebet einen Isar und einen Ridah und dann hat er das Gebet verrichtet und ist wieder nach Hause gegangen dann sagte der Sohn von Abu Uthman gemacht hat welche Kleidung er heute an hatte dann sagte Abu Ja'far oh mein Sohn dieser Abu Uthman hat das mit Absicht getan denn wir haben heute einen Hadith gelesen in dem es heißt dass der Prophet eines Nachts raus kam zum Nachtgebet und er hatte einen Isar und einen Ridah an und so wollte Abu Uthman genau diesen Hadith zumindest einmal praktizieren und deswegen hat er das getragen und möge Allah uns die Möglichkeit geben dass wir auch irgendwann genau diesen Hadith umsetzen der letzte Äther sprechen sprechen und wer den Gelüsten folgt so wird er der Neuerung folgen dann sagt er denn Allah sagte wenn ihr ihm also dem Propheten wenn ihr dem Propheten folgt so werdet ihr rechtgeleitet sein wenn ihr genau das macht und genau so vorgeht wie er vorgegangen ist dann werdet ihr rechtgeleitet sein und der Autor hat hier großartige Athar in diesem Kapitel das ist das neunte Kapitel angeführt und es gehört sich für den Schüler des Wissens dass er diese Athar verinnerlicht und versucht sich diese immer als Vorbilder zu nehmen und versuchen dass er versucht auch so vorzugehen nach das soweit zu dem heutigen Unterricht Ha'la wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala muhammad